Freiheit und Abenteuer in den grenzenlosen Weiten der Prärie. So beschreiben Wildwestromane das Leben der Indianer Nordamerikas. Doch die Wirklichkeit sah anders aus. Die Zeit ihrer großen Kulturen ist schon längst vorbei, als vor 500 Jahren der weiße Mann seine Fahne in amerikanische Erde pflanzt. Mit den Bleichgesichtern kommen Handel und Waffen. Und auch die Krankheiten, die ganze Stämme auslöschen. Ihre Bitten um den Beistand Manitous werden nicht erhört. Im Unabhängigkeitskrieg machen die Siedler klar, dass das neue Amerika ihnen gehört. In Reservate getrieben wird für die Indianer die Welt immer kleiner. Sie wehren sich. Aber gegen die Bleichgesichter haben die Ureinwohner Nordamerikas zuletzt doch keine Chance. Sie wehren sich. Aber ja, aber ja, aber nein. Sie wehren sich. Aber für die Bzwark ist die Bleichäuser. Die Bleiche things. Aber Parwolläiminen könnte nicht erhört. Die Bleiche. Aber wir müssen diese Bleichen hierherrösen. Aber und die Bleichen. Aber Eich-Bleichen sind die Bleiche. Kennen Sie das Sprichwort? Wenn einer einen großen Traum hat, dann ist es bloß ein Traum. Wenn aber viele einen großen Traum haben, dann ist es Amerika. Dabei ist der Mythos vom American Dream, vom amerikanischen Traum, noch gar nicht so alt. Nicht einmal 100 Jahre. Und wie Amerika davor aussah, davon haben wir meist nur Klischeevorstellungen. Der Wilde Westen, oh naja. Und was dann noch davor war, davon erzählen nur so Fantasiebilder wie dieses hier. Man weiß noch nicht einmal, wie viele Indianer in Amerika wirklich lebten, bevor der weiße Mann kam. Und haben Sie gewusst, dass ursprünglich Indianer niemals ritten, sondern immer schön zu Fuß gingen? Also, folgen wir der alten Indianer-Fährte. Sehen wir, wie es am Anfang wirklich war. Hinter dieser Tür befindet sich der berühmteste Trampelpfad der Indianer. Glauben Sie nicht? Bitte. Bitte. Treten Sie ein. Okay, heute ist dieser alte Trampelpfad ziemlich breit geworden und heißt daher auch Broadway. Die berühmteste Straße in New York. Aber drehen wir das Rad der Geschichte einmal zurück. In die Zeit, als hier noch kein einziges Bleichgesicht herumlief. Es ist wie eine Reise in die fernste Vergangenheit. Und doch ist es gerade mal 500 Jahre her, dass er der unumschränkte Herrscher der amerikanischen Weiten war. Der Weißkopf-Seeadler. Heute das Staatsemblem der USA. Damals flog er über ein Land, in dem kein einziges Hochhaus stand, keine einzige feste Straße hindurchführte. Eine großartige, wilde Landschaft. Von den fruchtbaren Flussebenen des Südens bis zu den gewaltigen Wasserfällen des Nordens. Von den ausgedehnten Sumpfgebieten des Mississippi-Deltas, über die legendären Ströme, an denen später die Goldgräber ihr Glück suchten, bis hin zu den trockenheißen Wüstensteppen der Sierra Nevada. Ein unerschlossener Kontinent, aber keineswegs menschenleer. Bis zu 12 Millionen Indianer lebten auf dem Gebiet der heutigen USA. Und im Südwesten erhoben sich ganze Indianerstädte, deren Ruinen heute noch auszumachen sind. Vor gut 1000 Jahren erreichte die Indianerstadt Cahokia am Mississippi eine Größe, die dem mittelalterlichen London entsprach. Unermesslicher Reichtum kennzeichnet dieses Land. Eine Wunderkammer der Natur, die im Überfluss alles bereithält, was Mensch und Tier zum Leben brauchen. Und so vielfältig die Natur, so vielfältig auch die Indianerkulturen. Zu der Zeit, da die Europäer gerade Amerika entdecken, haben schon über 500 Stämme das Land besiedelt. Meister der Jagd sind sie alle. Und die Jagd ist für sie ein heiliger Akt, bei dem der Mensch dem Tier mit großem Respekt begegnet. Niemals töten Indianer mehr Tiere als zum Leben notwendig. Das Bewusstsein, dass alles, was existiert, Teil einer großen Gemeinschaft ist, verleiht dieser Welt Würde und Schönheit. So individuell die vielen Indianerstämme auch leben, zwei Dinge haben sie alle gemein. Sie kennen keine Schrift und geben ihr Wissen nur mündlich weiter. Und Tiere sind für sie heiliger als Menschen. Besonders der Adler, er ist der Bote des großen Geistes, weil er von allen Tieren den Himmel am nächsten kommt. Die Schwanzfeder des Adlers ist für einen Indianer sowas wie ein Orden mit eingebauter Zauberkraft. Auf Indianisch heißt Adler nämlich Zaubervogel von unermüdlicher Kraft. Eine heilige Feder wie diese muss man sich verdienen. Durch besonderen Wut, bei der Jagd oder besser noch im Krieg. Oft gab es eine Federpohr beuteten Skalb. Um einen so prachtvollen Kopfschmuck zusammenzubringen, muss man allerhand Gegner skalpieren. Das sind die zwei Seiten des Indianerlebens. Einerseits verehren sie den Frieden und suchen einen Einklang mit der Natur. Und andererseits sind blutige Kämpfe an der Tagesordnung. Kampf ist für Indianer hauptsächlich eine Frage der Ehre. Kein Wunder, dass viele im Umgang mit Pfeil und Bogen echte Spezialisten waren. Für den, der es kann, eine Superwaffe. Denn schauen Sie nur. Etwa 20 Pfeile passen in einen solchen Köcher. Ein geübter Indianer schafft es, innerhalb von höchstens 10 Sekunden einen Pfeil zu ziehen, den Bogen mit dieser Büffelsehne zu spannen, zu zielen und abzuschießen. Also sechs Schuss pro Minute. Keine fünf Minuten dauert so ein indianischer Blitzangriff. Pfeil, Bogen und Tomahawk. Das sind über Jahrhunderte die immer gleichen Waffen, deren Gebrauch die Indianer schon von Kindesbeinen an trainieren. Denn blutige Auseinandersetzungen zwischen den Hunderten von Stämmen sind ebenso an der Tagesordnung wie der friedliche Handel. Mit Ankunft des weißen Mannes aber werden Krieg und Handel eine ganz neue Bedeutung bekommen. In den ersten Europäern sehen die Indianer Nordamerikas allerdings kaum ernstzunehmende Eindringlinge. Eher ein merkwürdiges Naturphänomen. Und auch für die frühen Siedler sind die Wilden zunächst keine Rivalen. Die ersten Einwanderer wollen hier ein friedliches, neues Leben beginnen. Wie der englische Farmer John Rolfe. Fernab vom kriegerischen Chaos in Europa, vom Hunger, von der Überbevölkerung und von religiöser Verfolgung in der alten Welt. Gut 100 Jahre nach Kolumbus gründen John Rolfe und seine Leute in Nordamerika die erste Siedlung, über der dauerhaft die englische Fahne wehen soll. Jamestown. Wie selbstverständlich nehmen sie ihre neue Welt in Besitz. Europäer sind seit dem 14. Jahrhundert ja unglaublich expansiv gewesen. Das ist der Wikinger-Geist der Europäer, die die auf die Schiffe getrieben hat und die ganze Welt mehr oder weniger teils entdeckt, teils erobert, teils geplündert hat. Das ist ja in Asien nicht anders gewesen als auch in Amerika. Das heißt der Bevölkerungsüberschuss und vor allem auch die technische Überlegenheit und dann eben diese innere Aggressivität des weißen Mannes, die eben dazu geführt hat, dass auch Amerika europäisiert wurde. Noch im 15. Jahrhundert sind die Indianer die alleinigen Herren Nordamerikas. Die über 500 Stämme verteilen sich weit über das Land, vor allem in den Küstengebieten. Schriftlose Kulturen, von denen heute kaum noch eine archäologische Spur zu finden ist. Denn mit dem Wettlauf der Europäer um die Schätze Amerikas wird alles anders. Mit den Nachfolgern des Christopher Kolumbus dringen die Spanier von Mittelamerika her in den mittleren Süden und nach Florida vor. Spanier sind vor allem auf schnelle Beute aus. Auf der Suche nach Schätzen vernichten sie die Kulturen der Maya, der Inka und Azteken. Zurück lassen sie verbrannte Erde. Anders als die Franzosen und Engländer in Nordamerika. Franzosen sind vor allem am Handel interessiert und stoßen weit in das Landesinnere vor. Die Engländer wiederum wollen Land, auf dem sie als Farmer frei von politischen und religiösen Zwängen, eine neue Existenz aufbauen können. Vor allem an der Ostküste. Ihre Feinde sind zunächst nicht die Indianer, sondern das Wetter und die Natur. Es ist eine bittere Ironie der Geschichte. Die englischen Siedler von Jamestown, die der Not in Europa zu entfliehen suchen, geraten schnell in noch größere Not. Den ersten Winter überlebt noch nicht einmal die Hälfte. Gewiss, in England hatte der Farmer John Rolfe sich noch vergewissert, dass sie auf dem gleichen Breitengrad siedeln würden wie zu Hause. Aber Jamestown ist nicht London, nicht klimatisch. Statt reicher Ernte und Gold finden sie bittere Kälte und Hunger. Noch eine letzte Chance haben sie. Die Neugier der Indianer. Die haben Interesse an den bescheidenen Mitbringseln der Europäer und tauschen dafür Dinge ein, die man noch nie gesehen hat, die man aber offenbar essen kann. Mais, Kartoffeln, Tomaten. Merkwürdig erscheinen den Indianern diese Bleichgesichter, die sich selbst nicht zu helfen wissen, aber doch so viele geheimnisvolle Dinge mit sich führen. Am geheimnisvollsten vielleicht dieses merkwürdige Tier, das sie Pferd nennen und auf dessen Rücken man sitzen kann. Ob englische Siedler, französische Händler oder spanische Eroberer, sie alle bringen Pferde aus Europa mit in die neue Welt. Und immer wieder entlaufen Pferde ihren Besitzern und verwildern in den Weiten des Kontinents. Ganz Amerika wird ihr Paradies. Eine neue Rasse entsteht, die wilden Mustangs. Sie sind nicht nur die erfolgreichsten Neusiedler, sondern gewiss auch die schönsten. Pferde und Indianer. Spätestens seit Karl May gehört das zusammen wie Cowboys und Colts. Oder können Sie sich Winnetou ohne Pferd vorstellen? Das Pferd war der erste echte Exportschlager Europas. Und was haben wir Europäer von den Indianern übernommen? Na, das hier zum Beispiel. Popcorn. Also Mais. Allein mit dieser Pflanze haben die Indianer in Osten Amerikas drei Viertel ihrer gesamten Ernährung bestritten. Mais ist nämlich eine ganz tolle, großartige, pflegeleichte Pflanze. Ihr Anbau macht fast gar keine Mühe. Wächst anspruchslos, sozusagen ganz von allein. Und wenn man dann noch Bohnen zwischen die Maiskörnern dürft, dann klettern die Bohnenranken an den Maisstängeln empor. Mais und Bohnen. Fertig ist die eiweißreiche Vollwertkost. Mutter Natur hat die amerikanische Speisekammer mit lauter Wundern angefüllt. Die legendäre Fruchtbarkeit des Landes lockt immer mehr Siedler an. Bislang unbekannte Pflanzen werden zum Exportschlager. Mais, Kartoffeln, Kakao. Und der Farmer John Rolfe züchtet etwas, das alles in den Schatten stellt. Tabak. Tabak macht aus den armen Siedlern von Jamestown über Nacht reiche Pflanze. Der amerikanische Traum beginnt. Ein Traum, der den Indianern völlig fremd ist. Die Mentalität der Indianer und ihre ganze Lebensweise, ihre Herkunft und so weiter, war natürlich der europäischen denkbar fremd und denkbar entgegengesetzt. Das heißt also, wir haben in Europa vielleicht ähnliche Verhältnisse tausend Jahre früher. Aber da prallen nicht nur Kulturen, da prallen auch Geschichtsepochen aufeinander, die also ein Verständnis und ein wirkliches Zusammenleben unmöglich gemacht haben. Wie anders diese Welt, die Besitztum und Geld nicht kennt. In ihren heiligen Gesängen erzählen die Indianer von dem, was für sie zählt, von der Weisheit der Tiere und dem Geheimnis der Schöpfung. Mögen die Mythen der vielen Indianerstämme auch noch so vielfältig sein, eines haben sie gemein, das Bewusstsein, dass Geister alles Leben beherrschen. Geister, die günstig gestimmt werden müssen, von Schamanen und Medizinmännern. Mit Masken rufen sie die Geister zu sich, um mit ihnen in ihrer Sprache zu sprechen, um sie zu beschwören, um sie wach zu rütteln, um ihre heilenden Kräfte zu gewinnen. Das Leben der Indianer ist eingebettet in ihre Spiritualität. Alltag ist bei ihnen immer zugleich Religion. Und im Glauben an die Wunder des Himmels finden sie den Schlüssel ihrer Weisheit. Alles Aberglaube, wer weiß. Eins ist sicher, die Indianer haben viel von Medizin verstanden. Sie stellten zum Beispiel aus Weidenrinde Salicylsäure her, also unser modernes Kopfschmerzmittel. Aber gegen ihren größten Gegner waren sie machtlos. Dabei war der eigentlich ganz klein und unscheinbar, mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Ganz unbemerkt hat er sich mit den Siedlern ins Land gepflicht. So sieht er aus, der furchtbare Feind. Ein Typhus-Bazillus. Was noch schrecklicher war, so winzig, dass es noch nicht einmal unter so einem Mikroskop zu sehen ist. Viren, nicht nur Kolumbus, auch Viren können nämlich ein Land entdecken. Ein spanischer Missionar hat im 16. Jahrhundert das Grauen dokumentiert. In Bild und Wort. Eine schreckliche Krankheit brach aus, so schreibt der Augenzeuge. Flecken und Beulen bedeckten die Körper. Fast alle wurden krank und starben. Viele auch an Hunger und Durst, denn bald war niemand mehr da, der sie pflegte. In manchen Gebieten werden bis zu 90 Prozent der Indianer dahin gerafft. Eine Menschheitskatastrophe, heute beinahe vergessen. Denn die Reste der verlassenen Zeltkulturen verwehte bald der Wind. Die Weißen bringen die Welt der Indianer aus dem Gleichgewicht. Mit Krankheiten, aber auch anderen gefährlichen Importen. Solche Gerätschaften können die Verhältnisse schnell ändern. An der Ostküste sind es vor allem die Irokesen, die durch den Verkauf von Pelzen kräftig aufrüsten. Und mit ihren Waffen bald andere Stämme zurückdrängen. Die Irokesen lernen jetzt schnell die Regeln der freien Marktwirtschaft. Sie werden Meister darin, im Handel Franzosen gegen Engländer auszuspielen. Denn die Ware, die sie haben, ist ein begehrter Exportartikel. Wie niemand sonst verstehen sie sich auf die Jagd nach dem, was in Europa als Gold Nordamerikas gepriesen wird. Biberpelze. Jetzt ist sie vorbei, die Zeit, als Indianer nur so viel von Mutter Natur nahmen, wie sie zum Überleben brauchten. Moderne Waffen machen die Jagd effektiv. Und nicht nur die Jagd auf Tiere. Der Konflikt zwischen indianischen Gewinnern und Verlierern verschärft sich. Mit ihren Feuerwaffen entscheiden die Irokesen fast jeden Konflikt für sich und löschen nach und nach konkurrierende Stämme aus. Wie etwa die stolzen Huronen. Die Stämme waren in der Regel untereinander verfeindet und kämpften gegeneinander teilweise auch bis zur physischen Vernichtung. Da gibt es eine Reihe von Beispielen, dass die Missionare also große Probleme hatten, die Indianer von ihrem Kampfgeist abzubringen. Die Indianer haben das teilweise mit Verachtung quittiert. Ihr wollt uns zu Weibern machen, indem wir nicht mehr kämpfen dürfen. Und dieses Männlichkeitsideal, das hat ja teilweise groteske Formen angenommen, wenn wir an die ganzen Abhärtungsrituale denken, mit denen die Indianer ihren männlichen Nachwuchs gezwungen haben, Schmerzen zu ertragen. Die Irokesen bewahren ihre Traditionen und leben weiter in ihren einfachen Langhäusern. Die Feuerwaffen aber machen sie doch zu anderen Menschen. Schnell begreifen sie, dass Waffen und Bündnispolitik stark machen. Bereits 200 Jahre vor der Vereinigung der US-Staaten bilden ihre fünf großen Stämme eine stabile, bewaffnete Konföderation. Und ihre Kriegslust macht sie für die Engländer zugesuchten Verbündeten im Kampf um die Herrschaft in Amerika. Gruppenbild einer ungewöhnlichen Freundschaft. Um 1760 stehen 3000 Irokesen unter Waffen, viele im Dienst der englischen Krone. King George hat sie angeworben, denn es gibt Probleme mit den eigenen Siedlern. Ein gewisser Thomas Jefferson, gebütiger Engländer und Anwalt aus Virginia, schreibt an einer Unabhängigkeitserklärung. Die englischen Siedler sind es leid, Steuern an ihr Mutterland zu zahlen, wenn sie keinen Einfluss auf dessen Politik nehmen dürfen. Jefferson beschwört seine Leute, das englische Joch abzuschütteln. No taxation without representation, so der Kampfruf. Keine Steuern ohne politische Repräsentanz im Londoner Parlament. Im Hafen von Boston kommt es zum endgültigen Bruch mit England. Als Indianer verkleidete Kolonisten werfen aus Protest die kostbare Teeladung dreier englischer Schiffe über Bord. Auftakt zum blutigen Kampf um die Unabhängigkeit. Die Chancen für die aufständischen Siedler stehen zunächst schlecht. Nur 15.000 schlecht gerüstete Milizsoldaten kämpfen unter dem Befehl eines militärischen Greenhorns, des Farmers George Washington. Sie treten an gegen gut gerüstete englische Truppen und 30.000 Söldner aus deutschen Staaten. Unter ihnen 12.000 hessische Soldaten, die der Landgraf dem englischen König gegen Bares vermietet hat. Bei Yorktown kommt es im Oktober 1781 zur entscheidenden Schlacht. Unterstützt von Frankreich und Spanien kämpfen die 13 Staaten verbissen gegen ihr einstiges Mutterland. Und gegen die Irokesen, die immer noch zur englischen Krone halten. Ein Paradox. Engländer kämpfen für die Freiheit Amerikas. Und Amerikas Ureinwohner für die Abhängigkeit von einem Land, von dem sie nicht mehr als den Namen kennen. Da prallen gegensätzliche Welten aufeinander. Aber die Irokesen haben sich am Ende auf die falsche Seite geschlagen. Auf die Erfolglose. Als die Engländer den Unabhängigkeitskrieg verlieren, da verlieren auch sie. Sehen Sie? 13 Sterne. Einer für jeden Staat der 13 Staaten. Der frischgebackenen USA. Aber diese Vereinigten Staaten sind noch klein. Die USA bestehen um 1800 eigentlich nur aus diesen Ostküstenstreifen. Das Gebiet dahinter, genannt Louisiana, das tiefe Innere des riesigen Kontinents, die weiten Prärien und Wälder, der hat offiziell Frankreich zu seinem Besitz erklärt. Aber wie die Weltgeschichte so spielt, Frankreich braucht Geld. Weil Kaiser Napoleon gerade mal ganz Europa erobern will. Und so gibt es halb Amerika im Sonderangebot. Zum Schleuserpreis von 15 Millionen Dollar. Die Amerikaner kaufen den französischen Besitz zum Discountpreis. Allerdings muss man das Land noch entdecken. Captain Lewis heißt der Mann, den Präsident Jefferson dazu ausersehen hat. Ein Soldat mit vielen Talenten und leidenschaftlicher Neugier. Einer, der wissen will, wo das Wasser des Missouri hinfließt. Mit seinem Gefährten Clark und einer Handvoll Soldaten macht sich Lewis 1804 auf, die Weiten des Kontinents systematisch zu erforschen. Ihr Plan ist ebenso einfach wie gefährlich. Mit Kanus wollen sie über den Missouri, den längsten Fluss der USA, tief ins Landesinnere vorstoßen. Und alles, was diese neue Welt ihnen offenbart, so genau wie möglich studieren. Und vielleicht, so hoffen sie, wird es auch genau dieser Fluss sein, der sie an die Westküste Amerikas führen wird, an den Pazifik. Das war, als würde man heute in den Weltraum reisen. Man wusste einfach nicht, was einen erwartete. Man wusste, es ist ein weites Land, das vor einem lag. Und man wusste, es ist eine Epochengrenze. Die USA werden jetzt zur kontinentalen Macht. Und man wird völlig neue Gebiete erkennen lernen. Man wird sehen, ob dort irgendwelche Reichtümer sind. Man wird sehen, wie viele Indianer dort leben. Man wird sehen, welche Möglichkeiten dieses Land hat. Aber man hatte ja überhaupt keine Vorstellung von dem, was einem da erwartete. Was nur klar war, war der Aufbruch ins Neue, ins Ungewisse. Ihr treuester Reisebegleiter ist die Gefahr. Schon die erste Begegnung mit den Sioux mündet fast in einem Blutbad. Was ist mein, was ist dein? Indianer haben ein anderes Verständnis von Eigentum und Besitz als die Bleichgesichter. Was sie sich einfach nehmen wollen, wollen die anderen nicht hergeben. Es ist Clark, der kühle Praktiker, der diesen Clash der Kulturen gerade noch verhindert. Doch gegen die Natur ist auch mit cleverer Diplomatie nicht anzukommen. Je weiter es nach Norden geht, umso strapaziöser und gefährlicher wird es, gegen den Missouri anzupaddeln. An den Great Falls, dort wo das Wasser kocht, gibt es nur eine Alternative. Die Boote zu schultern und wochenlang über felsiges Gestein zu kraxeln. Die Expedition, die paradiesisch begann, gerät zur Extremtour. Dabei ahnen sie nicht einmal, dass all das nichts ist gegen die Herausforderung, die sich ihnen bald in den Weg stellen wird. Der himmelhohe Bergkamm der Rocky Mountains. Kann man ein solches Gebirge zu Fuß überwinden? Oder muss man das Scheitern der Expedition akzeptieren, bevor man irgendwo in dieser gigantischen Bergwelt erfriert oder verhungert? Die Ankunft von Louis und Clark an der pazifischen Küste war für die USA ein Moment von zentraler, geradezu welthistorischer Bedeutung. Denn von diesem Augenblick an war deutlich, dass sie eine kontinentale, ja eine globale Aufgabe hatten. Erst von diesem Moment an konnte man von der Idee einer nach Westen gehenden Zivilisationsgrenze, der Frontier sprechen. Erst von diesem Moment an konnte man dann vom Manifest Destiny sprechen. Von der Aufgabe, die das Schicksal oder Gott oder die Vorsehung den USA zugewiesen hatten, nämlich Freiheit, Fortschritt und Demokratie zu verbreiten. Im Völkerkundemuseum München wird die vielleicht schönste Folge der Louis-Clark-Expedition verwahrt. Ein kostbarer Foliant über eine Reise ins Innere Nordamerikas. Fasziniert von den amerikanischen Pionieren, unternimmt vor 180 Jahren der deutsche Prinz zu Neuwiedt eine Erkundungstour quer durch den Wilden Westen. Die kunstvollen Zeichnungen und Texte, die er nach Europa mitbringt, wirken wie eine Werbekampagne und prägen besonders in Deutschland das romantische Bild vom edlen Indianer. Solche Drucke wecken in abenteuerlustigen Köpfen Reisefieber und lösen eine regelrechte Amerikamanie aus. Immer mehr Europäer strömen in die neue Welt. Für die Ureinwohner aber wird's eng und enger. Soll man sich, wenn's eng wird, anpassen oder aufbegehren? Das ist im Leben doch immer mal die Frage. Anfang des 19. Jahrhunderts geraten die Indianer schwer unter Druck. Durch den riesen Ansturm neuer Sieder. Und es ist wie im richtigen Leben. Die einen suchen Frieden und passen sich an, die anderen führen Krieg. Und dann gibt es noch die, die dazulernen, die, die ihre alte Kultur bewahren, aber sich dem Neuen öffnen. Unter den Indianerstämmen sind das die Chirurgis. Das da hier ist die erste bilinguale Zeitung der Weltgeschichte. Bilingual heißt zweisprachig. Man kann die Artikel in Englisch lesen und gleich daneben in der Symbolsprache der Chirurgie-Indianer. Ein Integrationsversuch. Die Chirurgies haben schon damals erkannt, alles läuft über Bildung. Es könnte eine Geschichte sein, die von geglückter Integration erzählt, von friedlichem Zusammenleben. Die Chirurgies passen sich an und pflegen europäische Traditionen oft besser als Weiße. Ihre Kinder schicken sie in Missionsschulen und ganze Stammesverbände bekehren sich zum christlichen Glauben. Es wird ihnen nichts nützen. Die Weißen wollen unter sich bleiben. Die Indianer sollen verschwinden. Viele Indianer weigern sich, das Land zu verlassen, das schon ihre Uranen bewohnten. Widerständler und Protestler aber werden gezielt drangsaliert. Ihre Anführer verhaftet. Reservat heißt das Zauberwort, mit dem man eine klare Grenze zieht, zwischen Weiß und Rot. Das Ultimatum zum freiwilligen Abzug verstreicht. 1838 setzt die Regierung fast eine komplette Armee ein, um 13.000 Cherokees zusammenzutreiben. Jetzt beginnt ein Leidensweg, der in die Geschichtsbücher als Trail of Tears eingegangen ist, als Pfad der Tränen. 2000 Kilometer müssen die Cherokee-Tracks zurücklegen, zumeist zu Fuß oder in primitiven Planwagen. Nässe, Kälte, Hunger, Krankheit. 4000 von ihnen werden niemals ankommen. Und die übrigen werden in einem Reservat leben, das kaum ein Drittel ihrer ursprünglichen Heimat umfasst. Man hat ihnen ja eine gewisse Selbstverwaltung zugestanden, aber das war eine Selbstverwaltung im Zoo. Ich war in den Reservaten. Die Schwarzen sind ja emanzipiert worden unter Lincoln im 19. Jahrhundert. Die Indianer Nordamerikas haben Wahlrecht bekommen 1924. Und die Indianer in Kanada, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 1960. Zu lange waren die rechtlos. Aber es sollen noch schlimmer kommen. Kalifornien, 1848. Was sich zur Katastrophe auswachsen wird, sieht am Anfang noch aus wie ein seltener Glücksfall. Da macht sich der Müller James Marshall auf, das Flussbett an seiner Wassermühle zu begradigen. Im Schlamm des Baches sieht er plötzlich ein verführerisches Glitzern. Ein Goldnugget. Lange kann Marshall den Fund nicht geheim halten. Schon ein paar Tage später rücken die ersten Glücksritter an. Der Lokruf des Goldes verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Weltweit. Moderne Kommunikationsmittel sorgen jetzt dafür, dass innerhalb weniger Monate ein Massenansturm aufs gelbe Metall losbricht. Der kalifornische Goldrausch erfasst Menschen aus aller Herren Länder. Es wird gebuddelt, zerstört, gewaltsam in Besitz genommen, was das Zeug hält. Fast eine halbe Million Menschen durchwühlen in den Jahren nach 1850 die kalifornische Erde. Die Indianer Kaliforniens verlieren über Nacht ihre Jagdgründe und die meisten ihr Leben. Die, die bleiben, werden als Zwangsarbeiter rekrutiert. Viele sterben an Seuchen, falscher Ernährung oder unter den Schlägen der verrohten Goldsucher. Wer es jetzt noch kann, macht sich aus dem Staub. Wenn er noch kann. Im Goldsucherland gilt ein Indianerleben nicht mehr viel. Mit dem Goldrausch setzte eine massive Vernichtung der dort lebenden Indianer ein. Wir wissen, dass um 1840 etwa 150.000 Indianer in Kalifornien lebten. 1855 waren es gerade noch 25.000. Die meisten der Indianer, die dort lebten, sind vermutlich an Krankheiten gestorben. Andere an den Folgen der kolossalen Umweltzerstörung, etwa durch den Einsatz von Quecksilber, der Vergiftung der Flüsse und wieder andere durch regelrecht organisierte Jagdkampagnen, die auf private Initiative zurückgingen, wo also reiche Großgrundbesitzer Menschen anwarben, um Indianer zu jagen und dann auch entsprechend Preise für getötete Indianer aussetzen. Das letzte Paradies für Indianer, das sind die weiten Steppen des Mittleren Westens. Dort, wo es für Europäer kaum noch was zu holen gibt. Hier leben die Sioux. Das Pferd macht die unendlichen Weiten der Prärie zu ihrem letzten Freiheitsraum. Die Sioux, das Pferd und die Prärie. Noch einmal erhebt sich eine letzte große und stolze Indianerkultur. Kann so etwas das Schicksal der tapferen Indianer besiegeln? Ein einfacher Nagel? Dieser schon. Das ist nämlich ein Nagel, der Schienen mit Eisenbahnschwellen verbindet. Vor 150 Jahren gibt Präsident Lincoln den Startschuss für den Bau einer Eisenbahnlinie quer durch den Kontinent. Zwei Eisenbahngesellschaften bauen sozusagen um die Wette. Die eine vom Westen, die andere vom Osten. Vor lauter Eifer bauen sie zuletzt noch eine Weile nebeneinander vorbei. Was aber viel schlimmer ist. Tausende Eisenbahnarbeiter müssen in der Prärie ernährt werden. Womit? Diese uralten Aufnahmen dokumentieren noch, was es heute nirgendwo in Amerika mehr zu sehen gibt. Büffel. Büffel. Die einst in riesigen Herden die Prärie durchzogen. Für die Prärie-Indianer waren diese Herden über Jahrtausende die einzigen Fleischlieferanten. Mit der Invasion der Eisenbahnarbeiter werden diese Herden regelrecht ausgerottet. Über Jahrhunderte hatte das Ökosystem Indianer und Büffel gut funktioniert. Mit der Eisenbahn bricht die neue Zeit an. Und in der sind Büffel und Indianer nicht mehr vorgesehen. Das Eisenbahn, das die Prärie durchschneidet, durchtrennt auch den Lebensnerv der Indianerkultur. Die Eisenbahn schaufelt Massen von Neusiedlern selbst in die entlegensten Gebiete. Mit dem freien Indianerleben ist es nun endgültig vorbei. Für Viehzüchter und Farmer sind Indianer gefährliche Störenfriede. Und für die stolzen Indianer sind die Razzien der Militärs tiefe Kränkungen ihrer Ehre, die heftigen Widerstand provozieren. Where are the guns? Meuerstaffel. Where are the working guns? No back. No back. Up below. No back. Immer öfter stehen sich beide Kulturen waffenstarrend gegenüber. Als auch noch Goldsucher im Sioux Reservat fündig werden, eskaliert die Gewalt. Die Armee zieht auf. Und auch die Indianer rüsten zum Widerstand. Sie rufen ihre Geister zu Hilfe. Bei Black Hills beginnt der Sioux-Häuptling Sitting Bull seinen Sonnentanz. Ein uraltes Ritual, das den Glauben an die Unbesiegbarkeit weckt. Und die Vision von einer Welt ohne Bleichgesichter. Die Armee unterschätzt die spirituelle Hoffnung der Indianer, die letzte Kräfte weckt. Bei Little Big Horn gerät im Sommer 1876 die Truppe von General Custer in eine ausweglose Situation. Im Pfeil und Kugelhagel von über 1000 Indianern wird das 7. Kavallerie-Regiment aufgerieben. Bis heute ranken sich Legenden um diese Schlacht. Nicht ein Soldat überlebte. Und die Aufzeichnungen des Armeekronisten verbete der Wind. Man glaubte, die Geister würden den Indianern helfen, die Europäer wieder zu vertreiben. Und dieser Massenrausch hat dann zu einer Selbstüberschätzung der Indianer geführt, die sie dazu getrieben haben, tatsächlich den militärischen Konflikt zu versuchen. Die Chance der Indianer gegen die Europäer, die war null. Ende des Jahres 1890 kommt es bei Wounded Knee zum Blutbad. Die Lakota Sioux sollen umgesiedelt werden. Und in dieser Zeit erscheinen den weißen US-Bürgern selbst Indianer Kinder und Frauen als Quelle der Gefahr. Man soll die unbezähmbaren Kreaturen vom Angesicht der Erde wischen, empfiehlt der Kommentator der Aberdeen Sonntagszeitung. Die Armee solle erbarmungslos durchgreifen. Als in der Anspannung ein erster Schuss fällt, antwortet die 7. Kavaleriebrigade sofort mit vernichtendem Trommelfeuer. An die 300 Indianer, Kinder und Frauen werden bei dem Massaker von Wounded Knee zusammengeschossen. Die Originalaufnahmen des Jahres 1890 zeigen, dass den Truppen Colonel Forsytes jedes Unrechtsbewusstsein fehlt. In Massengräbern werden die Leichen eilig verscharrt. Unter ihnen auch Häuptling Bigfoot. Die Macht der Indianer ist nun endgültig gebrochen. Die Bleichgesichter feiern sich als alleinige Herren Amerikas. Sollte das das Ende gewesen sein? Scheint so. Die Indianer sind jetzt in Reservate zurückgedrängt und da herrschen meistens Arbeitslosigkeit und Trunksucht. Der Umschwung kommt erst so etwa vor 50 Jahren. Viele Indianer vereinen sich zu einer Bürgerbewegung, dem American Indian Movement. Sie klagen die Rechte ein, die in den alten Reservatsverträgen schriftlich zugesichert wurden. Zum Beispiel das Recht, im eigenen Reservat eigene Gesetze zu erlassen. Und so kommt es, dass die neue Indianerwelt an vielen Orten der USA so aussieht. Spielcasinos. Der rechtliche Sonderstatus der Reservate macht's möglich. Was in anderen Bundesstaaten verboten ist, boomt hier. Das Glücksspiel. Und mit dem neuen Wohlstand wächst auch das Ansehen. Mancherorts gilt es bereits als schick, sich auf indianische Vorfahren zu berufen. So sind die neuen Träume vieler Indianer. Bunt, schrill und erfolgreich. Ihm sehr amerikanisch. Apropos Träume. Eine alte indianische Weisheit sollten Sie niemals vergessen. Wirklich weise ist, wer mehr Träume in seiner Seele hat, als die Realität zerstören kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017